Möchten Sie ein neues Whiteboard anlegen und es mit einem aussagekräftigen Titel versehen? Damit auch andere Personen das Whiteboard öffnen und bearbeiten können, müssen Sie diese dazu einladen. Dabei können Sie einstellen, ob das Whiteboard nur angesehen oder auch bearbeitet werden darf. Wie Sie ein Whiteboard anlegen, benennen und andere Personen dazu einladen, erfahren Sie in dieser Lerneinheit. Klicken Sie auf Neues Whiteboard erstellen. Daraufhin öffnet sich ein neues leeres Whiteboard. Sie können direkt mit der Bearbeitung beginnen. Möchten Sie zusammen mit Ihren Kolleginnen und Kollegen an dem Whiteboard anlegen, Wenn Sie eine Person einladen, dann laden Sie diese Personen ein. Klicken Sie dazu auf Personen einladen. Einige Personen werden Ihnen direkt in der Liste vorgeschlagene Kontakte angezeigt. Ist die gewünschte Person dabei, wählen Sie sie aus. Wenn Sie eine Person einladen, erhält diese standardmäßig die Berechtigung Kann bearbeiten. Das heißt, die Person kann das Whiteboard nicht nur öffnen, sondern auch bearbeiten. Soll die Person das Whiteboard zwar öffnen und ansehen, aber nicht bearbeiten können, dann ändern Sie Ihre Berechtigung auf Schreibgeschützt. Um die Einladung in das Whiteboard abzuschicken, klicken Sie auf Einladen. Sobald die Einladung abzuschicken, ändert die Schaltfläche Ihren Namen zu Eingeladen. Wenn Sie die Person, die Sie einladen möchten, nicht in der Liste vorgeschlagene Kontakte finden können, nutzen Sie das Suchfeld, um nach ihr zu suchen. Neben den Namen der eingeladenen Personen zeigt ein kleines Symbol deren Berechtigung an. Sie können die Berechtigungen jederzeit ändern. Klicken Sie auf Teilnehmer hinzufügen, um weitere Personen einzuladen. Nachdem Sie alle Teilnehmer eingeladen haben, schließen Sie die Liste. Um das Whiteboard zu verlassen und zurück zur Übersicht zu gelangen, klicken Sie auf die Pfeilschaltfläche. Am unteren Rand eines Whiteboards sehen Sie, wann es zum letzten Mal bearbeitet wurde. Daneben befindet sich ein Drei-Punkte-Menü. Auch hier haben Sie die Möglichkeit, Teilnehmer einzuladen. Sie können das Whiteboard aber auch exportieren oder löschen. Außerdem können Sie das Whiteboard mit einem Titel versehen, um es später leichter wiederzufinden. Sie können den Titel jederzeit ändern. Sie können den Titel selber machen.